Asseln kennst du bestimmt. Du findest sie zum Beispiel unter Laub oder Steinen. Daran kannst du auch schon ein bisschen erkennen, welche Vorlieben und Verhaltensweisen Asseln in Bezug auf ihren Lebensraum haben. In diesem Video möchte ich dir einige Versuche mit Asseln vorstellen, die dir zeigen, wie Asseln auf bestimmte Umweltbedingungen und Reize reagieren. Dabei wirst du natürlich auch erfahren, warum das so ist. Zunächst einmal möchte ich dir die Assel kurz vorstellen. Asseln gehören zu den Krebstieren und sie sind die einzigen landlebenden Krebstiere. In der Natur findest du sie unter Laub oder Steinen oder auch in vom Menschen geschaffenen Lebensräumen, wie feuchten Kellerräumen oder Komposthau. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.